Hallo und herzlich willkommen bei MATHAUS. Heute bei uns Confuse von Sound Emotion. Wie geht's, was hast du gemacht in den letzten zwei, drei Jahren? Hallo, grüß euch. Ja, hat sich einiges da in den letzten paar Jahren. Ich bin mittlerweile nach Linz gezogen und jetzt bin ich wieder einmal da und freue mich, dass es euch noch gibt und dass ich da sein darf. Musikalisch hat sich was verändert? Nicht wirklich viel, noch immer Dram & Bass. Also noch immer deeper Dram & Bass und ja, von dem her eigentlich ziemlich gleichbleibend. Neues Logo haben wir natürlich. Wir haben ein bisschen Frühjahrsputz in unserer Crew gemacht, haben das jetzt ein bisschen aufgebessert und ja, es gibt nach wie vor Veranstaltungen von uns. Kommt vorbei, habt Spaß bei uns. Das sieht man wahrscheinlich auf den sozialen Medien. Ich würde es keinen speziellen nennen, weil falls man das in zwei Jahren sieht, dann ist das, wo man jetzt dann wahrscheinlich total out. Ja, ja, stimmt. Also ja, an alle verfügbaren Medien schauen wir, dass wir zu ergreifen, ob Radio, Facebook etc. Wir sind überall irgendwie vertreten. Das heißt, wir haben eine Stunde Dram & Bass von dir? Ja, genau. Eine Stunde Dram & Bass. Ich hoffe, euch gefällt es. Mit Sicherheit. Dann viel Spaß beim Zuschauen und viel Spaß beim Auflegen. Dankeschön. . Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bye. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Schöne Zeit!